Schleswig-Holstein ist das nördlichste Bundesland in Deutschland, mit den zwei Meeren. Oder Schleswig-Holstein wird von Nord- und Ostsee geprägt und deshalb auch das Land zwischen den Meeren genannt, hat unzählige Ausflugsziele und schöne Orte zu bieten. Wattenmeer, Inseln und ganz viel Strand – das ist die Nordsee und die Ostsee mit den beeindruckenden Steilküsten und schönen Stränden. Dazu kommen die nordfriesischen Inseln mit Dünen und Traumstränden, die Halligen mit ihren Warften und Deutschlands Hochseeinsel Helgoland. Der Mai ist gekommen und wir haben Lust auf einen Ausflug ins Grüne. Für alle, die noch ein paar Anregungen und Tipps brauchen, haben wir hier die schönsten Ausflugsorte in Schleswig-Holstein zusammengestellt, die nicht nur am Wochenende ein Top-Ziel sind. In zwei aufeinanderfolgenden Videos versuchen wir, Ihnen interessante Orte zu erzählen, die es in Schleswig-Holstein an der Nordsee bzw. der Ostsee zu sehen gibt. Fünf Fakten über die Nordseeinseln Hier leben die größten Raubtiere Deutschlands, die Kegelroben. Ein Männchen kann bis zu 2,5 Meter lang und 250 Kilogramm schwer werden. Es gibt insgesamt 13 Inseln in der deutschen Nordsee. Davon gehören 8 zu Ostfriesland und 5 zu Nordfriesland. Neben den richtigen Nordseeinseln gibt es noch zahlreiche Halligen, also Inseln, die manchmal komplett vom Meer überschwemmt werden. Die Häuser müssen daher auf künstlichen Hügeln stehen. Die Nordsee beherbergt drei der größten Häfen Europas, Hamburger Hafen, Rotterdam, Antwerpen, und ist damit ein unglaublich wichtiger Zugang zum Welthandel. An der Nordsee gibt es das Wattenmeer, bei Ebbe sieht es dann so aus, als wäre das gesamte Meer abgeflossen und zum Vorschein kommt eine riesige schlammige Fläche. Das Wat? Wusstest du, dass du es bei der Ostsee im Gegensatz zur Nordsee nicht den typischen Unterschied zwischen den Gezeiten gibt? Wenn Sie mehr über die Ostsee erfahren möchten, schauen Sie sich das folgende Video über die schönsten Inseln und Strände der Ostsee an. 1. Sylt. Die größte deutsche Nordseeinsel, 99,14 Quadratkilometer, hat sich über die Jahre einen Ruf als luxuriöser Urlaubsort gemacht. Feinste Gur mit Restaurants, Shoppingmeilen in Kampen sowie edle Unterkünfte finden Gäste bei einem Kurzurlaub auf Sylt vor. Sylt ist die nördlichste Insel Deutschlands, vom dänischen RM aus kannst du per Fähre nach Sylt übersetzen. Außerdem gibt es noch zwei Autozüge, die dich und dein Gefährt auf die Nordseeinsel bringen. Reist du ohne Auto an, kannst du sowohl mit dem Zug, einem Schiff ab Cuxhaven oder sogar mit dem Flugzeug kommen. 2. Amrum liegt etwas südlich von Sylt und westlich von Führ. Nach Flensburg brauchst du beispielsweise mit Fähre und Auto etwa drei Stunden. Auf Amrum findest du mit Kniepsand einen der schönsten Strände in ganz Europa. Was Kniepsand ist? Eine riesige Sandbank von insgesamt 10 Quadratkilometern direkt vor Amrum. Amrum ist nämlich auch eine der grünsten Nordseeinseln und bietet daher auch viele Möglichkeiten zum Wandern. Die seichten Badestellen eignen sich außerdem perfekt zum Planschen für die Kleinen. 3. Helgoland Helgoland liegt mit fast 50 Kilometern Distanz am weitesten vom Festland entfernt. So weit, dass die Insel nicht einmal zum U-Zoll-Gebiet gehört und du auch ein wenig duty-free einkaufen kannst. Auf Helgoland erwarten dich sicherlich einige der beeindruckendsten Naturshow-Spiele an der Nordsee. Ganz typisch für die Insel ist zum Beispiel die Steilküste aus rotem Gestein, der in der Sonne blutrot zu glühen scheint. Das Wahrzeichen Helgolands ist dabei die Lange Anna, ein langer vielleicht schon etwas wackeliger Fels vor der Küste. Aber es ist nicht nur die Landschaft, die Helgoland so einzigartig macht. Denn hier gibt es eine Artenvielfalt der Tierwelt, die jeden Tierliebhaber staunen lässt. Mehr als 430 verschiedene Vogelarten sind hier beheimatet. Außerdem kannst du auf Helgoland robben in ihrem natürlichen Lebensraum so nah wie wohl sonst nirgends beobachten. Im Sommerhalbjahr werden sogar Tagesausflüge mit dem Katamaran direkt ab Hamburg angeboten. Die Fähren ab Cuxhaven fahren das ganze Jahr über. Für die Tierfans übt der Winter eine besondere Faszination aus. Denn im Dezember bringen die Kegelroben auf der Helgoländer Düne ihre Babys zur Welt. Aber Achtung, bitte nicht zu nah kommen, denn so süß und kuschelig sie auch aussehen mögen, wissen Robben durchaus, wie man sich zur Wehr setzt. Vierter Föhr Föhr ist heute die größte deutsche Insel ohne Landverbindung. Aber hättest du gewusst, dass sich die Insel erst im 14. Jahrhundert komplett vom deutschen Festland löste? Föhr wird die Insel auch als frisische Karibik bezeichnet. Lange, weiße Sandstrände erstrecken sich fast über die ganze Insel und da die Insel recht windgeschützt ist, kannst du hier das milde Klima in vollen Zügen genießen. Föhr hat aber nicht nur wunderbare Strände. Die Insel liegt im Windschatten von Sylt und Amrum und dadurch ist hier eine ganz besondere Landschaft entstanden, die Föhr zu einer der grünsten Insel der Nordsee macht. Der ideale Ort für entspannte Spaziergänge und Radtouren. Fünfter Halligen Die Halligen sind eine Gruppe aus Marschinseln im Nationalpark Holsteinisches Wattenmeer, das seit 2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt. Föhr ist einer von ihnen. Marschinseln sind Inseln, die von regelmäßigen Fluten der Nordsee überschwemmt werden können, da sie nicht eingedeicht sind. Dies macht gleichzeitig ihren Reiz aus. Die Halligen sind mit ihren Salzwiesen und ihrer Lage im Wattenmeer auch ein beliebter Ort für Vögel. An der Nordseeküste von Schleswig-Holstein liegt auch der Erholungsort St. Peter-Ording. Der zwölf Kilometer lange Sandstrand in St. Peter-Ording mit seinen legendären Pfahlbauten ist in ganz Deutschland bekannt. Sie können hier im Sommer sogar mit dem Auto auf den Strand fahren. Hier findest du einen gefühlt unendlichen Sandstrand und tolle dünnen Landschaften wahnsinnig schön. Auch die schieren Dimensionen des Strands bei Ebbe sind beeindruckend. Da ist es schon fast eine kurze Wanderung, bis du das Wasser endlich erreicht hast. An der Nordsee gibt es das Wattenmeer. Bei Ebbe sieht es dann so aus, als wäre das gesamte Meer abgeflossen und zum Vorschein kommt eine riesige schlammige Fläche, das Watt. Fünf Fakten über das Wattenmeer Erster das Wort Watt stammt von Warten. Damit werden jene Gebiete bezeichnet, die bei Ebbe so trocken fallen, dass man sie durchwarten kann. Zweiter das schleswig-holsteinische Wattenmeer ist mit einer Fläche von knapp 15.000 Quadratkilometern der größte Nationalpark Europas, gleichzeitig auch eine der größten Naturlandschaften Europas. Dritter das Wattenmeer ist einer der aktivsten Lebensräume der Erde und kann mit der Produktion an Biomasse mit dem Regenwald mithalten. Vierter das Nordsee-Klima besitzt eine gesundheitsfördernde Wirkung. Nicht nur die salzige Meeresluft, sondern auch die heilenden Mineralstoffe des Wattes haben positive Effekte. Sankt Peter-Ording ist übrigens das einzige Seebad in Schleswig-Holstein mit einer eigenen Schwefelsäulenquelle. Deshalb wird der Ort auch als Nordseeheul- und Schwefelbad bezeichnet. Insider-Tipp für Tierfans, in den Salzwiesen in Sankt Peter-Ording leben Rehe. Wir hatten das Glück, einige direkt von der Seebrücke beobachten zu können. Wenn Ihnen das Video gefallen hat und Sie das nächste Video nicht verpassen möchten, geben Sie uns einen Daumen nach oben und folgen Sie uns.